Ja, hallo! Nein, das mache ich jetzt nicht. Ich heiße hier mit euch willkommen zum nächsten Part. So kurz vor Weihnachten. Und ich habe mir was Schickes ausgesucht. Ob ich keinen Einfluss habe, was mich da erwartet, hoffe ich natürlich sehr, dass das in Erinnerung bleibt und wir dann dranbleiben. Weil ich habe vor, da hinzugehen. Da hin zu fliegen. Zu diesem einem Gebiet. Es ist riesig. Auf der Karte. Und... Es sah schon vom Weiten aus. Das... ist... Korda Dreckern. Hier. Ui... Ja, ich auch. Wir gehen mal hier voran. Kein Problem. Kein Problem. Das kann ja weiter. Das kann ja weiter. Oh! Stopp! So weit, weg, 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 weg. Das ist einfach, weißt du mal. Wo ist er? Wo? Da hat mich jemand geschossen. Ich weiß nicht woher. Wo ist der Kollege? Oh genau. Da kommen wir noch mehr. Wow 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 wow. discourse Schafft bringshal避 Den Scheut Junior und Uncle Aber nicht sicher. Na so sicher aber auch nicht. Jetzt nehmen wir seh rein jetzt. Damit jetzt.... Oh Oh wow 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 Das ist nicht nett Was ist denn los, Jungs? Jetzt der Tür fällt Wow Wolltest du den? Du Stöp Oh Mach mal noch die nächste Tür Hier irgendwo war noch einer Prost dann Kann man uns jetzt hacken? Perfekt Wart bist du? Ahhh Kleine Versteckte Jaja Das war nur eins Und weiter jetzt Uh, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier verstanden? Nichts nicht nur geschehen Nichts nicht nur geschehen F*** Ist das laut Ist das laut Oh, der Kling auf die Ohren Nein, der Jüte Wahnsinn Wahnsinn Oh, ein Panzer? Wow Das wird bestimmt auch zu laut sein Für die, die sich denn schauen Ha ha Den Bayer Ist zu ertragen, Alter Ah, der Blaster Ah, der Blaster Oh, der Blaster Oh, der Blaster Woah Oh, der Blaster Oh, der Blaster Oh, der Blaster Was ist das? Oh, der Blaster Ha Packen wir mal Nummer 1 Wunderland 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 Ja, das muss ich in Ruhe Deck mal Nummer 2 Und jetzt kannst du sterben Ha, danke, dass ich mich in Ruhe das nass Tschüss Oh, wow, wow Es gibt mal eine Deckung Backpastung Oh, der muss nicht nur da Aufhören Ja, aufhören Ja, aufhören Ja, aufhören Bleibliegen Mach sogar noch das nächste Tor hier auf Hey, hey, hey Manns Nichts Zu bang Das ist was Jetzt zu bleiben Ich möchte mal die neue Waffe hier ausprobieren Okay 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 Ich finde gerne mal genial Jo Treffern Das ist doch mal Ding Ob es besser ist als Der Raketenwerfer weiß ich nicht Aber Hat erstmal ein paar Favoritenpunkte von mir bekommen Ein Scharfschütze Ein Scharfschütze, ja Das war ein Treffer Das auch All die Gitter hier Dass sie nicht verschwinden Wie bei Teil 2 Ist doch mal erstaunisch Könnte Könnte Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Sind alle Futsch? Wann geht hier die linste Tür auf? Wow Ganz so bekam ich nicht zurückgeschaut Eigentlich schade, weil wir eine gute Showanlage um das zu sein und Weiter Kommen Wann Wie ist das? Was ist das? Ja Wie ist das? Wann 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 Ich muss mich wegwerfen. Volltreffer. Oh oh. Ich muss sie mal weg. Ich muss sie mal weg. Oh, die... Ah! Ah. Ah! War ja schon heiß. War ja schon heiß. So, jetzt hat er die Stoffe eröffnet. Und weiter geht's, oder? Was sagt man hier? So wie Live-Upnahme hier, boah, ich bin persönlich Ich bin so ein kleiner Spion hinter mir her Ich bin der Kumpel Ich bin der Kumpel Wow, 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 wow Na komm Nee, schafft er nicht Wow Muss irgendwo anders hin Muss ich da wieder zurück? Sieht ganz genau aus, oder? Wo meine beiden Hilfsgeleiter sind Ich bin der Kumpel noch mal da Beide hatten wir schon Die wollen mich hier wohl nicht Wo? Ja, das muss direkt nach dem Motiv So Oh Oh yeah voll der scheiß Panzer, der da war der hat, da hinten hat, dass ich da warte mal oh oh eine Hexe, wunderbar was mit dem was ist mit dir wau das geht noch weiter oh shit da muss ich schnell weg oh verdammt die Hexe ach du Scheiße ab und Wasser ein Boot hat mich abgeschossen und ich bin sehr ruhig nein nein wow ich hab jetzt momentan keine Ruhe das ist das blöd das ist das blöd, ich hab keine Ruhe war die blöp die 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 Ja genau, okay. Oh! Ich habe mich erwischt! Stöp endlich! Wooh! Now we're in here. Oh! Wo kommst du denn her? Ich habe mich erwischt! Zurück! Schade! Und davon gibt es auch einen Rekord in der Klasse. Hier hat jemand mal geschafft. Oh! Wooh! Shit! Sieg ist nicht wahr, ich werde mich erwischt! Ja, ich werde mich erwischt! Ja, komm! Oh, scheiße, Alter. Wow! Wow, 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 3, sehr schön, 12 hat er noch, 12, das geht noch höher, mir ist schon aufgefallen, DQ, danke. Ha, ist das auch noch Kugeln? 13 Einfach weggesprengt. Einfach weggesprengt, ohne Grund. Ich glaube, ich muss hoch. Ich dachte, ich glaube, ich muss hoch. Ach, dumme Neude. Ui, ui, ui. Aua, haft den Überblick. Wo ist noch einer? Wo bist du? So, kleiner Rüfel. Versteckt er sich? Ja, irgendwie schon. Wo ist noch? Ja, komm. Was ist das jetzt mit dem Benzin hier Penner? Das ist eine Frage. Wow! Hier ist jemand drin. Wo noch nicht? Nö, jemand anders snipet irgendwo gegen mich. So, haben wir den mal eins. Wo ist er? Hallo? Ah, hier. Da ist er. Genau. Flapp über ihn. So tue ich dir auch dazu. Nein, die killen mich mit meinem Wisch. Wow! Ich sollte jetzt besser aussteigen. Das sehe ich auch so. Irgendwo wird noch geschossen hier. Oh! Oh! Ah! 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 Let's join in this. Oh no! Ah! Quiffa da ist. See, ich habe sie zu tun. Ich habe sie zu tun. Wow! So ungefähr. Warte, warte, warte. Wow! Oh, kommst du denn hier? Hier kommt die Commodary. 70 Protonspannung. Super. 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 6 6 7 5 6 6 6 7 7 8 7 7 7 8 8 8 8 9 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 10 9 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 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 13 13 14 14 12 13 14 15 15 15 14 15 15 15 15 15 15 16 16 Wauw, vielleicht nicht mehr für den Nisch. Wir können besser gehen. Nein, nicht mehr. Nein, nicht mehr. Aber wir sind da wieder da Ohne wenn und Tade Ja, und Konzertfeuer sagen, ey, das ist doch Ey, ich bin sprachlos Also es ist noch härter als Just Cause 3 aufs schwierigste Position Hey, hey, hier ist ein Ort Okay, gehen wir Oh, wow, wow Schon wieder Das war doch mal wieder ein Satz mit dem X Dann nimmt man sich vor Aha Und dann kommt es so weit raus Das ist sogar für mich enttäuschend So So Wow Mit alle Türen öffnen So, habe ich schon zwei weitere Ich hab mal innerviert Und natürlich Die Helis dürfen nicht fehlen Jetzt haben wir die hier oben noch Oh, Scharfschütze überall Ich war so klein Komm da wirklich Na komm Das könnte Ärger geben Das könnte Ärger geben Das würde auch Ärger geben So, das hätten wir auch Scharfschütze Oh, zwei Schwarz Schwarzschütze Schwarzschütze Scharfschütze Wie? Ich bin natürlich Ja, der hat mich gewischt! Höchst habe ich gewischt. Du, hau doch mal ab da! Ja, der hat mich gewischt. Wow. Oh, der da? Ah. Oh, ich hab mich gewischt. Ich kann das nicht wegstehen. Wenn ihr die Flombe macht, schiebt euch da. Ich bin eschweizer, dann kommt ihr. Ich bin eschweizer. Ich bin eschweizer! Ah, jetzt schäbt mich noch mal was anderes. Ach, dann habe ich das. Scheiße! Exakt noch Scheiße! Hallo! Jetzt geht mir noch etwas. Ah, jetzt hast du was. Sehr wohl, verrichtet die Strahle. Oh! So, Ruhe jetzt am Ruhe. So, wo muss der Grenzfahrt suchen? Das ist echt eine gute Frage. Was muss ich überhaupt finden? Was müssen Sie den Testsattel anziehen? Ich bin nicht in eine K17. Das ist echt eine gute Frage. Ja! Ich bin nicht in den Testsattel. Wir schießen alle von oben. Wir schießen alle von oben. Kontextufer, gesetzen, heiler. Die ist... Wir schießen alle von oben. Wir schießen alle von oben. Kommt! Ich habe die Best Lady. Um schneller voranzukommen hier. Nur voranzukommen, ehrlich. Es fehlt bestimmt noch eine oder zwei. Wir schicken einen Helikopter in Seegebiet. Wir schicken alle von oben. Wir schicken alle von oben. Wir schicken alle von oben. Da wo eine blaue blinkt, ist mein Ziel. Der Blick ist es, da. Ja, das ist mein Ziel gewesen. Und voila, ich hätte lange suchen können. Ganz ehrlich, ich hätte lange suchen können. Das ist dieses eine Teil. Bitte kommen, ihr Zentrale! Was ist da draußen los? Bitte kommen! Bis ich darauf gekommen wäre, dass es das hier ist. Das eine Teil hier. Was haben wir denn hier unten? Nicht wirklich. Und da geht es noch weiter runter. Oh! Ja, ganz ehrlich, was das war? Keine Ahnung. Ich springe da rein und wird es, äh, tot. Tot, anster tot! Grund, äh, wir brauchen keinen Grund, um Rico zu killen. Ich springe es in Wasser, würde ich eigentlich nur sauber machen, damit er wieder geduftet. Und dann stirbt er dafür. Einfach so. Echt unglaublich. Echt unglaublich. Welche ganzen Teile sind da jetzt hier oben weg? War das schon mal hier oben? Ja. Aber da unten steht es noch. Okay. Ja. Ja. Ich sag jetzt schon mal, schöne Weihnachten, lasst euch reich beschenken. Und, ja, wer seine Weihnachtsgeschenke heute nicht geholt wird, der kann eventuell noch am nächsten Tag, ob da haben sie noch bis 13 oder 14 Uhr noch auf, kann man noch die letzten Weihnachtsgeschenke holen und braten, Zutaten für den Weihnachtsbranch. Ja. Ich melde mich denn nach den Feiertagen wieder. Werde auch schöne Weihnachtsfeiertage haben. Zwei davon darf ich arbeiten. Ganz ehrlich, und... Wir sehen uns doch. Hoffentlich. Und lasst was da, weil ihr... Der Meinung seid, das hätte doch... Auch ohne... Gucken... Ich hab ja gesagt, eigentlich guck ich nicht, wo die ganzen Teile zu finden sind. Eigentlich nicht. Aber ich geh mir so auf den Senkel... Ah, ich find's nicht und bla... Und... Das ist Selbstkritik von mir selbst. Vielleicht kriegt ihr von euch ja auch so. Wir sehen uns. So. Das ist es Video. Ja. Also. Ja. Ich bin ein Bild. Vielen Dank.